Es ist total sexistisch wieder zu. Auch ein sexistischer Partik. Bitte beruhigen Sie sich wieder. Es ist nur Werbung. Es ist für Unternehmen heutzutage nahezu unmöglich, vorherzusehen, ob ihre Kampagnen politisch unbedenklich sind. Hier im Trigenius-Institut testen wir Kampagnen an ausgewählten Fokusgruppen, um frühzeitig zu erfahren, was die Konsumenten und Konsumentinnen skandalös finden bzw. finden könnten. Ich zeige Ihnen jetzt ein Motiv eines Mittelständlers aus der Lebensmittelindustrie. Katrin, bitte lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf. Was ist das? Katrin, Sie fühlen sich durch diese Werbung offensichtlich getriggert. Wie genau äußert sich das? Schwanzwerbung von Männern für Männer. Das Produkt würde ich sofort boykottieren. Und würden Sie es stillschweigend boykottieren oder würden Sie möglichst viele Menschen darauf aufmerksam machen? Natürlich würde ich auf meinem Blog darüber berichten. Natürlich ist ein Shitstorm nicht immer etwas Negatives. Immer mehr Unternehmen triggern aktiv, um auf die viralen Effekte negative Auswirkungen zu setzen. Denn gewisse Reaktionen kann man nicht vorhersehen. Was ist denn da los? So gut verlassen bisher. Black Screening! Warum ist das fett gedruckt? Mein Bruder, der liegt im Koma. Danke. Danke! Jorge próxima! Danke! Okay! Smells alright. Good job! Untertitelung des ZDF, 2020